So, mal gucken, was die Saufenasse von uns will hier. Okay, dann. Du willst nichts mehr. Dann geht's weiter. Das eine war das Haus. Mal gucken, was hast du noch hier. Ah, die Fräulein Jessica. Jessica. Hier ist ein Netz. Okay. Nein, da will ich noch nicht rein. Ich will da noch nicht rein. Ich will jetzt gucken. Okay. Das wäre in die Abtei hier. Klopf, klopf. Hallo. Ich bin öflich, bevor wir irgendwas vorstellen hier. Erstmal hier alle durchgucken hier, wo wir erstmal ein bisschen zerstören können. Was sind denn meine Manieren hier? Klopf, klopf. Oh, gewöhnlicher Käse. Münzen. Okay, hier ist nix mehr. Lass mich mal bitte durch. Guck, guck. Nee. Okay, da können wir nix. Okay. Sind wir wieder vorne. Also die kleinen Spaßvögel davor. Lassen wir erstmal noch ein paar Buch. Was haben wir? Ein paar Blöblöblö. Albert Family. Ich hab Abteien gelesen. Naja. Käsesorten. Wir hatten doch gerade Käse. Jetzt sind Käse okay. Käse lecker. Aber was genaueres stand jetzt nicht. Du bist wohl der Verlobte. Okay. Guck, guck. Reisegewand. Mal schauen. Trance wert. Na. Kann sie entweder zum Alchemie-Potgesellen oder... Ja. Weg damit, ne? Da kann man pennen. Allo. Nee, ich bin da zum Zerstören. Nee, ich bin der Topfzerstörer. Aber die juckt das gar nicht hier. Magische Samen. So. Monknolle. Äh, was macht die denn? Halt. Gesamte Gruppe von Lehmung. Okay. Jo. Uninteressant, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch so zwei Personen, mit denen wir quatschen. Können wir fangen erst mal mit dem an hier. Ah. Okay. Ah. Tschüss. Die Mutter bestimmt. Rosalinde. Ja. Laut ab. Ich will nur da hin. Wie? Die will... Hä? Ich will da rein. Hallo. Geh ich halt wieder. Tschüss. Wenn ich's wollte, dann geh ich halt. Vielleicht kann man da auch nur nachts rein. Das könnte natürlich auch möglich sein. Sollen wir mal hier bis abends pennen und gucken. Oder wir waren ja noch nicht in der Kirche. Ja. Dass wir da vielleicht irgendwas auskriegen. Da haben wir noch eine Nünne. Okay. Okay. Geh'n wir noch hier in der Kirche rein. Platz 1. Äh. Platz 1. Äh. Natürlich fortsetzen. Aber hier ist keiner drinnen, der uns vielleicht helfen kann. Dann würde ich noch da ins Haus rein gehen. Dann geh' ich gleich noch gucken bei den Leutchen hier. Ob wir uns da irgendwas anstellen können. Ob wir was kaufen können. Hallo. Ich hab' immer keine... Ich möchte das immer nicht, dass ich die Töpfe zerstelle. Aber hier gibt's so viele Sachen, oder? Äh. Guck mich so nicht an. Ich muss mal in den Kleidern hauptsächlich Slips sehen. Wie kann man einfach... Ja, ich frag' immer nicht. Geld im Schrank. So. Äh. Wir gehen mal lieber auf Waffen. Ne. Aber ich würde gerne was verkaufen. Und zwar... Das... Was soll ich denn verkaufen hier? Ich glaub' man hat das Schwert, ja. Vielleicht haben wir ein gutes Schild, oder so, drüben bei ihm. Hallo. Aha, da sieht's schon gut aus. Bei den neuen Helden. Was machen wir, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Das kostet eigentlich gar nicht viel. Machen wir mal... Ne, machen wir mal... Zwei davon. So. Ähm... Nein. Ja. Jetzt ist ein bisschen krass, was ich ausgebe, aber... Sollten noch ein bisschen gut vorbereitet sein. So. Jetzt gehen wir mal eben... Kurz die Sachen verkaufen. Äh... Transfer. Zack. Ja, Transfer. Mit dem nochmal, dass es da hochkommt. Jetzt... Können wir Transfer... Hierhin machen. Transfer... Da hin. Ja, natürlich. Ich... Kannst du die seiner Verlieben nur fix verkaufen, ja? Hallo. So. So. Tötet auch noch. Das braucht keiner mehr. Da braucht keiner mehr. Da ist das Rückschen. Götze ist genau weg. Dann haben wir wieder ein bisschen... Ein bisschen Geld. Bisschen viel verloren, aber... Naja, immerhin. Transfer... Ja, bleib mal da. Ich hatte da, da, da nichts zu erfinden. Jetzt gibt es eine Möglichkeit. Ich gehe jetzt nochmal übernachten, dass ich zur Nacht bleibe und dann da hochgehe. Und sonst... Wollte ich verzeigen, wir gehen erst hoch. Quatschen nochmal ein bisschen um. Ah, warte mal, die Omi, die Omi, Omi kann uns vielleicht helfen. Erst. Ich habe schon Tuba eingeschaltet, da kannst du ein bisschen schneller laufen, komm schon. Ist die noch da, die Omi? Die ist noch da, super. Frrrt. Na, Omi-chen. Sie wollen... Okay. Seit deren Tod... Haben die sich alle zurückgezogen. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass die da irgendwie rankommen, an die. Ok, ok. Ich will doch noch mit euch sprechen. Die Furzknoten sind immer noch da. Kann die nichts machen. Hm. Ich will da aber durch, hallo. Oh. Tschü. Geh doch einfach ins Bett. Tu mal. Kann ich nicht hier? Ne. Ist natürlich auch ein bisschen dumm, dass man hier einfach nicht schlafen kann und dafür übernachten kann hier. Hm. Versuchen wir es mal, dass wir vielleicht übernachten und dann da hingehen, sonst gehe ich einfach weiter. Ganz ehrlich, dann... ...hättest du mir eigentlich egal, jetzt ist die Auswahl. ... Muss halt noch mal acht Dollar in... ...acht Goldmünzen... ...in Sand setzen, bis... ...zum Abend ausruhen. Tu tü 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 tü. Sicherlich haben wir gut geschlafen. Wenn Cengiz nicht ganz weit gefurzt hätte, die Sau. das doch einfach dann nicht gehe ich jetzt hallo kamera so dann gehe ich nicht wenn du nicht möchtest dann gehe ich halt tschüss die wird das wohl sein der jessica dann gehen wir aus dem dorf hinaus ladevorgang und gehen erst weiter vielleicht können wir später jemand erreichen ja schützen wichter guten tag es gut dass er doch das schild geholt haben dachte es wäre eine dumme idee das zu kaufen und die rüstung aber hat sich doch gelohnt zu sagen gehen wir da hinten bis zur mühle hin oder gucken ob da noch vor herren wegschild ist da sehe ich ein wegschild noch als schützenwichter tschüss und tschüss der letzte last one but not least ist auch dauernd kein problem für uns hier mittlerweile stufe 9 gibt es das gibt es fünf points haben wir zwei hier drauf ein da drauf 22 gut zum alexander stürm zutriften verboten egal ich will dann sein und verboten ich will die einfach ein hallo das lasse ich nicht erzutieren hier froschgesicht hoch schauen hey was macht denn schlaf doch noch ein einfach ok wir haben wieder umgedreht das heißt wir sollten glaube ich erst darauf gehen der ist weg ok für ich kann haben wir noch nicht am besten pilz ok aber auch noch nicht aber noch kein kampf zauber das ist natürlich ein bisschen schade oh ihr seid doch blöde pilze nerven nerven nicht tschüss ach ich hätte doch erst den anderen angegriffen naja es ist jetzt down gibt es bestimmt einen weg drumherum ich finde immer die falltasten nicht hier gibt es immer einen weg drumherum oh man oh übertreibt komm wir machen erst den frosch platt würde ich sagen einmal zweimal näher erst so dann so als glaubt er von so an gut machen wir jetzt machen wir jetzt machen wir jetzt die käfer machen wir jetzt die jetzt sind noch die käfer übrig der hinterher hat ja schon schaden gelitten von uns das heißt der vordere sollte so langsam ist dann auch fertig allein zum eine runde wo doch wenn ihr überleben könnt naja erledigt kein problem für uns hier stufen neuen flash zwei es war natürlich zwei nur warum kriege ich einfach nur drachen hier alle hallen dacke eigentlicheigenschaften ok normale magie ja komisch ich will ich will doch der schleim doch der schleim halte mich jetzt hier da was wird es mir nicht angreifen sollte mich heilen ich will sie zu mir sein ich will doch nur hier rein komm schon da wir eben über der zeit sind würde ich sagen ich warte einfach bis es hell wird oder ich kämpfe so lange bis es hell wird und dann sehen wir uns gleich wieder tschüss 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 tschüss